so ihr leid weiter geht's wir haben uns ein paar Affe geholt weil Affe sind super in Orang-Utans das ist Orang-Utan A-S-M-R das Problem ist dass man halt nicht herkennen weil ich kein Sound-Arf von der Affe aber eigentlich kennt man nur als Sound-Armer oder soll ich Sound-Armer machen? guck mal her jetzt krieg mal hin uh jetzt sehe ich das fucking Ding A-S-Train hey Moment so wo sind wir dann hier da ne so A-S-Train jetzt sehen wir noch ein bissl Affe gedödelt das ist so A-S-Train jetzt muss ich nur gucken dass ich das wieder zum Narven bringen jawohl hab ich so huch da ist eine Maus die muss weg dann nehmen wir jetzt halt Affe zu äh das sind nur vier oder fünf Videos oh man ich liebe die die hat mir mal einer gezeigt die Arbeit und dann war halt die ganze Arbeitsstar war halt für die Katz weil ich nur noch Affe Videos geguckt hab sorry ähm ja weil ich nur noch Affe Videos geguckt hab und mich drüber kaputt gelacht hab wie lustig die sind so aber wir können doch nirgends hingehen sag mal was ist denn was ist denn das da eigentlich wär ich von euch da zusammengefahren was wolle ich hier von mir was ist denn das da so ich muss zu einem neppelige Gebäude gell hat er gesagt äh zu ja ist da irgendwo ein neppeliges Gebäude hallo dann gehen wir doch raus mal Platz da ich tu ein neppeliges Gebäude da kannst du wirklich nirgends hingehen außer zum neppelige Gebäude okay dann suchen wir mal das neppelige Gebäude ups wo ist er hin wo ist er hin da ist er runter gefallen so kann das Sinn dass sich das da immer wiederholt ja kann's okay das ist immer dasselbe da oh das so das sieht gut aus da oder das Obo da Ruder muss da lieber wie komm ich denn da nirgends so wahrscheinlich so da komm ich ja nicht nirgends kann ich da drunter drüben nein aber ich kann da nirgends gehen komm mal her da na das ist irgendwie doof da okay was ist denn das da hm nochmal Platz also was geht denn hier ab irgendwie was ist denn so ein Rätsel das ich allein schon irgendwie geht denn ab passt da Chips so leh ich was tust du denn du die Chips so platz äh 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 der Aff der Aff der lass der Aff mit sich machen war ich dir okay schiebelst du einfach mal das Ding da vor uns her ja schlecht ne ha 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 ob noch Platz na na auf 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 ich muss doch nur ne Zeitversuch scheiß da irgendwie irgendwie laufen wir hier im Kreis das ist äh bin ich denn jetzt da hinkommen okay wie komme ich denn wieder zurück warum irgendwie okay das ist irgendwie grad bisschen doof hier hopp nur noch mit euch okay ich merke schon das Video geht irgendwie nur 2 Minuten oder was und dann wiederholt sich's ja dann macht nix äh äh ja Video sind eigentlich Minute Videos eigentlich gehen die länger sogar ne naja immer ein bisschen weiter eigentlich gehen die Videos da sogar länger ja ja just 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 aber aus irgendeinem Grunde äh ja sorry Mann ich finde die halt einfach witzig so so wir können ja wir können ja so aussteigen ja haben wir wieder was gelernt also okay also ich will so Junge Junge war ich da schon mal äh schon irgendwie ne was ist denn hier los naja da will ich dann doch nicht hin okay irgfalls suche ich mal einfach live noch ein paar andere Videos so noch ein paar Affenvideos verhalten okay ähm ich hab mich verlaufen verschwommen ich hab mich verschwommen hier aber wenn ich doch hinkommen bin dann muss ich doch auch irgendwie wieder rauskommen wie hab ich denn das gemacht okay warte ich geh doch mal nach links so das sieht doch gut aus so haben wir gestartet ne und ich würde gehen da noch aber ich weiss halt nicht wie das ist ja immer das gleiche eigentlich okay da kommst du aber auch gar nicht hin komm mal da ist okay doch ich muss da irgendwie hin berudern aber du brauchst dich ja dann das Boot ne aber das Boot kann ich ja bis dahin gar nicht mitnehmen kann ich das nicht oder doch ne kann ich nicht weil das muss ja dann da stehen bleiben hmm hmm kompilisiert kompilisiert ist da wieder konflikselig modell rumpumpum rumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpil aha aha ich bin ich bin in der neje ich bin in der nähe es ha 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 ey sori dass das so lange gedauert hat Junge, Junge, der hat jetzt länger gedauert, als ich war das. So, jetzt gucken wir mal. Aha. Dann nochmal hier wieder. Einmal so, einmal so. Alter, bin ich immer verschreckt. Bin ich immer verschreckt von den blöden Affen. Okay. Wie, das geht wieder weg? Das hättest du ruhig gleich sagen können. Tada. Okay. Uh, hier ist gleich der nächste. In der Regel gefallen, in der Regel gefallen, ich sag mal. So. So, Knurps, Knurps. Okay, dann gehen wir mal durch. Aha. So. Vorsicht, dass du nicht zum Stuhl falsch kollegisch. Ja. Das ist wieder ein rattischer Dämon. Oh, guck mal, wir haben... Nee, TP brauchen wir eh fast. Warte mal, waren die nicht ein bisschen stärker? Nee, glaub ich nicht. Ich glaub, das waren... Nee, das waren die wohl. Ganz... Ganz, ganz normal stark waren, sag ich mir. Ja. Alles klar. Dann machen wir doch mal weiter. Tadaa. Wieso hat's dann heute so blöd getudelt? glaube es hat er freut sich alter dass das tude ist ja wohl schlimm soll dann ok was hast du eigentlich zu sagen dr.demon was hast du denn so lange gebraucht wir haben hier dämonen denen geht es richtig dreckig und dass ich es auch gerne habe wann die warten aber ja junge paracetamol sorry ich bin gerade links und rechts abgelenkt für eine geile affe paracetamol okay jetzt 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 können wir endlich weitermachen so irgendwie so das gepiepe ist richtig schlimm hier zur behandlung ok ich guck mal wo die kunst drin ich fall da doch glatt vom stuhl der kollege ok exorzismus 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 zack 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 weg ist er ich will ich nicht nur da war er ich habe paracetamol gebrannt kollege das kann ich exorzismus 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 so 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 frisst da wieder die geile paprika alter schwede hey ja da freue ich mich richtig auf die kackkampfmusik du damit es nicht so blöd piepst richtig schlimm hier okay wir haben jetzt mal alles platt ja total bekloppt dass die alle denken krank aus kann schweinend einfach paracetamol ausgibt und nie von ihrem profen gehert die gute ibo jetzt gehen wir da oben da nicht oben frei weil ich mit diesem gerät raus 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 noch ein bisschen raus danke die medusala auf dich habe ich gewahrt ja dann hey lass mich raus so ich muss doch weg das gepiepste ist ja wohl schlimm schlimm geil endlich was geht denn hier gerade ab es funktioniert das spiel nicht ihr müsst euch schon im rhythmus bewegen so oh shit das war falsch ja komm dann machen wir noch ein bisschen spannend war das nicht spannend derweil wir bleiben einfach stehe bis der da kommt so ich hab so das gefühl dass ich die ganze hölle die ganze kämpfe und das scheiß dass ich das alles einfach schneller laufen lassen weil das ist so das zieht sich so wie kuharsch hier das ist irgendwie gar nicht so kuhl der helfer die ab und nix aber so hast du rülpse war schaltet was bist du vergespäncht war schalt ach das sind salz säule alter schwede alles klar hast du mal eh mein lot gesehen weil ich hab noch nicht ja scheiße geht nicht zu übersetzen lot waren das die sodom und gomorra gedöhnen sie da wo die woher gesagt hat sie die frau ey mädel verstand okay woher gesagt hat ey mädel guck nicht zurück und die hat natürlich zurückgeguckt und dann ist es zur salz säure salz säule zur salz säure erfahrt ja mal lustig okay disco ja schon klar voll die disco hier hier an voll die schön ungelein ist ist polonaise okay also der ist halt immer durch dich weil sie machen nämlich extra salz in die getränke ins essen hier so dass wir mehr getränke verkaufen können oder so viel theme park gespielt oder was so exerzismus oh das sind die wo ein bisschen mehr aushalten gelb also macht machen wir hier judgment day und nochmal art schulden das freut dass ich ein fall zum stuhl darf ja ja du tusten wieder ja ja so ja akumoto da ist der wo man retten müssen ja du hast den lot hier okay da bin ich alles klar dann machen wir die du noch platt ne so miracles touchman day miracles touchman day miracles exorcismus so sichte sichte macht der doch die musik oder was okay der nimmt aber keine musikwünsche an schade schade schokolade was machst du da hallo welche bis alle holen ja so cool das macht ein bus er drängt deine sorgen oder nicht so schnell immer dass jeder von uns was zu trinken hat ne danke okay jetzt mal jetzt mal ich hab wieder gespeichert wir sind im siebten kreis der hölle ich glaube das ist gut so ihr leid ich mache jetzt immer ganz kurz pause geht pause hier geht pause so ihr leid guten tag und ich glaube dass wir hier also müssen jetzt gerade von der uner einfach wieder hoch gelaufen jetzt hier beim endkampf sind und das wäre immer noch mal alle hochheilen erst mal ein bisschen brot verfütteln die leidt so level 16 level 14 auf dass das langt und trinkt immer noch jeder schlück schweig oder zwei und gucken ob ich irgendwie noch was ändern kann alles alles nix so was ich aber mache ist ich du die dinge da so weil ich das sieht mir nämlich aus als würde es hier gleich zur sache gehen so reichert haben wir und los geht's ich will abel retten und netzern mörder kein aber weler ist weler aha wenn du richtig wählst du dich der abel freilösen aber wenn du nicht richtig wählst du dich der kain ergreifen okay die sind ja wirklich alle irgendwie gleich äh ich sollte nicht aber ich gebe dir einen tipp abel sagt immer die wahrheit kein lügt immer einer von uns ist abel es ist nicht möglich herauszufinden welcher welcher von uns ist abel ist okay der du ist abel weil wenn der sagt einer von uns ist abel und es stimmt einer von denen ist abel dann ist das ja keine lüge also muss der du abel sind also links links ich habe auf dich gewartet jesus christus ja geil okay alles klar obwohl das rätsel hier warte mal ach so dann haben wir jetzt befreit ne okay mehr wir speichern ohne so jetzt kommt der party im video wo man nicht so gefällt ja 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 okay achte achterring der hölle hua so 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 ein ächchen am bau am bau geht hier abgucken sie fußball fußballspiele oder was äh fight und exorzismus hier bitteschön noch mal exorzismus und noch mal exorzismus immer truffende wetter so irgendwie ist es ist es nach der schon wieder so so hopp jetzt auf zu dir äh kampfwunder wir können kampfwunder wir können kampfwunder wir können ach das waren die straßen nicht die starke aber oder sind mir einfach stärker wo so dann läuft das fußballspiel oder was wenn ich eben uns wieder geboren weg dann wäre ich gerne konto okay was mit dem do evil läuft ja doch nicht was ist denn das ach das ist schnaps eh warte noch mal was wünschst du von mir guck mal her guck mal der rumpelt der aktor der rumpelt jetzt in der kicht da rum ne in der kicht ist er äh geliefert wurde quasi die hand deine ich tue jetzt mal ein bisschen erklären ne die hand deine aff in der kicht äh in der urwald gebrungen um da auszusetzen das war halt äh wieder frei ist und jetzt tut der abfall gerade oh shit das war dumme idee oh der haut ja richtig nimm hey jetzt tut der abfall gerade amoklave weil uah du scheiß kicht uah ich hau euch alle platt hat mich in die blöd kicht gesperrt und passt ihm halt nicht so also passt ihm schon dass er jetzt frei ist aber das hat ihm nicht gepasst dass er in die kicht war so darum geht es gerade in dem video was geht denn ab er hat doch irgendwie sag mal hier start ist das mit dem do ja gut meine hat mir jetzt in bad positions das hat ja doch ein komisches ding dort äh haballa was mit mir da naja alles klar ähm items äh okay keine ahnung ich glaube das war so eine sünde oder sowas so irgendwie ich weiss nicht ähm so wo waren wir äh wir haben auch kein Fisch mehr aber keine scheiße wir haben doch ein haufe Fisch gehabt jetzt muss ich mich mit Brot hochheilen ist man ja gar nicht so ne ich habe doch ein haufe Fisch gehabt ich war das ganze Wasser weg eben hier hatte 99 Fisch ich habe so das Gefühl mir werden hier beschiss so wer bist denn du ja wenn ich uns haben wir denn vegetarische Quatsch um uns drum herum okay du bist zurecht in der Hölle ähm okay Exerzismus 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 ZWUPP 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 und weg ist er sooo okay wirklich wenn man tot ist zuviel Cholesteroin kann ich nicht umbringen okay alles klar äh denke ich vielleicht ich esse ne Quatsch durch weil ich weil er nie schmeckt hast du mal die preise die preise von frischem gemüse in der hölle gesehen ok der fressen wir irgendwie so fertig fraß oder sowas weil frisches gemüse daher ist was ist denn das was so rum rennt zwischen du hast die eva ich hab dich gewahrt ich kann ewig hier bedienung ich kann doch nicht in der in der hölle bedienung sind für alle ewigkeit okay tschüss okay das war die wo man wohl rette gemisst haben und mit dem solchen gelabert ok der oberennd noch einer rum dann machen wir auch noch platt die afl und die afl und rings ja geiler scheiße ich mag orangen tanz die sind lustig bitte schnapps ich hab schon schnapps aber komisch da unten noch ein paar so 20 was ich brauche ich hätte lieber das bier du ok dann gehen wir weiter ok müssen jetzt im neunten kreis der hölle es kommt doch wieder musik was desto dass ein bicher okay ist will ich wieder sind bicher naja also musik hätte bissel besser sind aber schützt ich habe ich jetzt immer normaler angriff gemacht ich dödel okay ja ich war gerade ein bisschen verwirrt von den affe von den affe du blim 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 meine freunde nennen mich lucien fermerrotto aber mein stage name ist lucifer ein berühmter maler aber irgendwie tun die ganze zeit meine äh mein models verschwinden wie kann ich denn abschrecklich kunst machen ohne ane faschnackiger mann zu gucken was also ich hab aber allgemein dass der kampfgerische satan also der lucifer selber ist wobei lucifer ja ah nein das war ja der engel da müssen wir jetzt halt weggeschämtel guck mal her da steht doch bestimmt was das auf dem schild steht der kleine opelist repräsentiert die inneren wünsche und von dem den er halt gemacht hat also den den wunsch der negative space in drin zu penetrieren was weiß ich was diese drachen kakunett es ist eine weibliche es ist eine dreschen die wird mit gut mit die wird mit gebacken wie heißt clay leben gemacht und ja nur halb so viel es ist wo kommt denn der jetzt her alter schwede ich will doch immer mein gedanke fertig denken naja was machen sie jetzt die affe in die schubkarre machen ja geil was geht denn hier ab wieso haben sie dann die affe im schubkarre okay alles klar der mutter drache der hat gern wieder die drache die eier die aus am nicht geklaut wurden oder ihrem nicht der dieb hat übrigens lecker eier zum frühstück hat engel guckt nur rechts als ob er gucken wird was die zukunft bringt ich hab die figur damit kaputt auf die grüßt uns von einer andere zeit will zum abend wäre oder ist ausgeraubt woher aber jetzt nicht der engel guckt nur links oder der guckt in die vergangenheit nur links oder so naja die kamen nur aus der toilette gerade okay alles klar alles klar was macht er denn jetzt apple an der asch oder was etwas ist denn das hier das okay irgendwas unter dem wasserfall jugo festen brennen okay wir gucken mal lady deja vu wife of the guy with the long name okay alles klar okay und man looking out of the window wie sie ist es so der holding hands wieder vor wenn er hey calls the police okay erst rein mann der aus dem fenster guckt oder es ist die frau mit dem perleohrring warum nennt man so große wand für so kleines bild wünscht dich jetzt froh das ist weil das nicht verstehe ich das ist kunst 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 ok hoppala und zwei au jawoll dann kämpfen wir halt wieder ein bisserl zack 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 oh schlack ah jetzt hat er auch da wacke 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 oder so haufe scheiße das sind's krumm bier ok das sind äh haufe krumm bier schale Das symbolisiert, das symbolisiert die Verschwendung, so übersetze ich jetzt mal die Verschwendung von einem Fast-Food-Gedönse. Ja, komm, lassen wir es einfach dabei. Ich habe keinen Bock, da jetzt großartig zu übersetzen. So, was ist denn das da? Das ist keine Kunst. Okay, das ist aber also kein Kunst. Okay, was bist denn du eigentlich bei einer? Was ist da, Adam? Ah, hallo, hallo. Okay, hö? Wieso hat er sich eine Weile verwandelt in den Teitel? In den Speichermogen, oder? Ach, da ist er wieder. Ah, da bist du ja, du böser, böser Junge. Wie das, als wolltest du dir die ganze Sohle aus der Hölle klauen. Ah, bist du nicht der berühmte Jesus Christus? Du musst da ganz babbischer Hinren, der Aff. Ah, das sieht er gar nicht, gell? Weil er sich halt in den Papp gehuckt hat. Jetzt hat er babbischer Hinren. Ähm. Äh. Ich probiere später in dem Autogramm. Zuerst muss ich mich töten. Äh, äh, Lucifer. Ist das der richtige Lucifer? Also, solle man mal so richtig, so richtig Judgment Day hier machen, ne? Oh nein. Hier auch Judgment Day. Und du auch Judgment Day. Oh ja, ja, ja. Oh ja, der Hauptschule, ein wenig nimm, ne? So, nochmal hier erstmal Exorzismus. Du machst Restorz-Mimical Points. HP. Okay. Und ich sah beim Jesus. Und du da ohne. Holy Heart, Restorz-Mimical Points. Der macht A-Exorzismus. Okay, der ging schnell. Der ging schnell platt. Alles klar. Alles klar.